fang doch mal von unten an! fang doch mal von vorne an! Start klar für die letzte Runde? Auf die Plätze, fertig, los! Wo geht's lang? Nach hoch? Jawoll! Na rüber! Ja, geradeaus! Rump, 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 rump! Über das Holz, über das Holz! Da an die Plätze! Jawoll! Los! 43 Sekunden für Björn. Björn hat's ja ordentlich rausgerissen in den letzten drei Runden. Ja, aber trotzdem. Es geht ja ums Gesamt. In den letzten drei Runden hat er ordentlich gefahren. Wird für euch da auch viel spannender, wer gleich gewonnen hat. Ich weiß auch nicht, wer gerade vorne ist. Bei dir bist du, wenn du letzter bist. Das baut nochmal aus. Weißt du, was das Gute ist? Man weiß schon, man wird nicht letzter, weil du letzter bist. Der letzte ist doch Micha. Der ist nicht schlimm. Dabei sein ist alles, ne? Richtig. Dabei sein ist alles. Ich bin ein guter Motivationstrainer. Ja, natürlich. Lass es sein. Komm, ey. Hör auf. Erzähl schon im Ansatz, dass das scheiße ist. Lass es sein. Fahr nach Hause. So, okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Okay, aber Bremsen tut er, ja? Fast. Was? Oh, nee. Aber nicht anders zu erwarten gewesen, oder? Für nächstes Jahr brauchen wir einen Trostpokal. Das ist enorm. Keinen einzigen Punkt. Hat er? Hat er? Okay, Entschuldigung. Du hast auf jeden Fall einen Punkt gemacht. 40. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Das hat schon Sinn, warum denn ein Ami fährt? Das Auto passt so fast hier! Und Bote aus! Das ist aber gemein! Ja, fang doch mal von vorne an! Da, der Stein! Warte mal, der gehört da auch gar nicht hin, der Stein! Ja, das sagst du jetzt, ja? Ja, das sagst du jetzt! Ruhig doch oben! Bei dir lag der da nicht! Ja, sicher! Jawoll! Eine Minute dreißig! Über die Brücke! Puppa, fahr mal weg! Gibt das? Hier ist es doch schon wie die Ampehölk! Gibt das? Puppa, pappp, 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 pappp! Jetzt geht es wunderschön! Ja, perfekt! Jawoll! Was sagen Sie zu Ihrer Leistung heute? Geht so. Und Sie? Könnte besser sein, ne? Entschuldigung, Entschuldigung, was sagen Sie zu Ihrer Leistung heute? Ich wollte schlecht. Und Sie? Kein Kommentar. Herr Wuppa, Herr Wuppa! Was sagen Sie zu Ihrer Leistung? Und Sie, Herr Schmidt? Keine Ahnung. Herr Schmidt ist beschäftigt. Ich ist telefoniert. Tom, was sagen Sie zu Ihrer Leistung? Ich bin ganz zufrieden für heute, denke ich mal. Fürs erste Mal. Endlich mal ein Optimist hier. Robert? Ja? Was sagst du denn zu deiner Leistung heute? Könnte besser gewesen sein, aber akzeptabel oder so. Wir halten fest, viele sagen, es hätte besser sein können. Nur unser Neueinsteiger Tom ist voll zufrieden mit seiner Leistung. Null. Null. Der Pokal 2022 geht an... Ich weiß es selber nicht. Orla hat mir den Zecken in der Hand gedrückt. Okay, fangen wir mit dem letzten Platz an. Mit erfolgreichen vier Punkten ist der Matthias. Der erste von hinten, ja! Der sechste Platz. Der sechste Platz geht an... Thomas mit vierzehn Punkten. Uäh! Der fünfte Platz teilen sich zwei Leute. Das ist einmal der Kai und der Andreas mit jeweils fünfzehn Punkten. Uäh! Das ist spannend. Vierte Platz. Das ist der Tom. Ja, guck mal. Für erste Mal. Perfekt. Klatschen! 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 Also... Der dritte Platz dieses Jahr geht an den... Mick! Hey! Klatschen! 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 Der zweite Platz geht an mit dreißig Punkten. Ganz knapp. Achso, der Mick hat sie siebenzwanzig Punkte. Ach, ehrlich? Siebenzwanzig Punkte. Falls euch das interessiert. Der zweite Platz hat dreißig Punkte. Ist der Robert! Hey! Klatschen! Ja, wenn einer aufgepasst hat, es bleibt nur noch einer übrig. Ach! Ehrlich? Da ist noch einer übrig. Mit genau einunddreißig Punkten. Ja! Das ist der Björn. Und somit habe ich dir den Pokal 2022 überreicht. Möchten Sie jetzt nochmal was zu Ihrer Leistung sagen? Immer noch grottenschlecht. Ja, schön, dass Sie da waren. Jetzt raus! Nein! Oh nein! Socken! Oh nein! Oh nein! Das war's für heute.